Hey Leute und Willkommen zu einer neuen Videokategorie hier auf meinem Kanal und zwar geht es hier um Play Anons, Battlegrounds, News, Informationen und vieles mehr über dieses Spiel. Jeder PUBG Spieler kennt es. Hüft, hohe Zäune, kleine Mauern und Balkongeländer, wo man nicht drüber springen kann. Nun hat PUBG angekündigt, dass es ein neues Skelettersystem geben soll. Man kann über Aufmauern springen, aus dem Fenster springen oder sich bei der Flucht über Motorhauben abrollen lassen. Zudem gibt es neue Wetterzustände. Einmal Regenwetter, Sonnenwetter, Sonnenaufgang, Nebel und zum Schluss gibt es eine neue Waffe. Das ist das russische Bull-Pum-Sturmgewehr OTS-14 Großer, das voraussichtlich mit der Modition 7,25 x 39er Modition abgeschossen werden kann. Diese Waffe soll eine hohe Präzision und ein hohes Schadenspotenzial haben. Dieses Patch wird wahrscheinlich Ende Juni zum Monatspatch rauskommen. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Like freuen, einen Kommentar und dann sehen wir uns hoffentlich nächstes Mal wieder. Ciao!